Das ist Hadeweg, Kreis Segeberg. Heute haben wir den 21. Oktober 2012 in der Nähe der Veranstaltung, Oldtimer Markt in Brockstedt. Deswegen fahren hier auch so viele alte Sachen vor, wir inklusive. Feuerwehr links rein. Guck mal, hier hat er es schön gemacht. Ja, hier ist ordentlich. Alles sauber. Kein Ärger. Das wäre das Unschütz.